So, das ist Somifrau Frohn, ein in Dänemark gezogener Isandwallach, geboren 2008. Er ist ein Sohn von Bier, mit B-Y geschrieben, Frau Laven. Dieser Bier ist ein Hengst von Fabian Zimmermann, den sie mehrfach auf Turnieren vorgeritten hat. Ein sehr, sehr dynamischer, kraftvoller, temperamentvoller Fünfgang-Hengst mit supergutem Rennpass. Das hat auch schon mehrfach gute Zeiten absolviert. Der Bier, dessen Großvater ist auch wiederum der Nautfeufer Ittelsgärdi, der berühmte Rennpasser. Und der Bier hat als Großvater mütterlicherseits den Otev-Sauderkrogi, den bekannten Herber Sohn. Also eine ganz bekannte Abstammung bei dem Pferd hier, der aber wallach ist. Und ob der selber Fünfgänger wird, wir haben es noch gar nicht probiert. Der ist ja erst fünf Jahre alt, wäre ja vielleicht auch Quatsch, da viel rumzuprobieren. Was wir gemacht haben, ist das, was Malik jetzt demonstriert, ihn einfach nett und schön getöltet. Und das macht er wunderbar. Ich habe jetzt gerade eben auf die Papiere geschaut, aber ich bin mir sicher, der erste Schritt war direkt taktklar, ganz leicht zu reiten. Ganz, ganz viel Takt, sehr bequem, sehr sicher. Und so läuft er einfach seine Runden auf der Bahn im Gelände. Sehr elegantes Pferd. Nochmal wiederholt, er ist fünf Jahre alt. Wie das alles noch wird, wenn der mal weiter ist, weiß ich nicht. Mit Galopp auf gerader Strecke geht es in der Kurve, hat er eigentlich immer noch ziemlich viel huddelt, das repariert er meist auch vorher durch. Und einen recht eleganten Trab. Aber der müsste jetzt eben noch weiter geformt werden, der müsste an Zügel herankommen und so weiter und so fort. Aber die Anlage zu ganz sauberen, klaren Bewegungen, die ist gut zu sehen. Ganz klar getrennte, Vierge mit ganz klar getrennten Gangarten. Und in erster Linie ein sehr einfach, leicht zu reitender Tölter. Sehr sicher im Gelände. Alleine in der Gruppe, sehr schön, das Freizeitpferd. Hier ein größeres Pferd. Und im Gelände zu galoppieren ist kein Problem. Aber hier so auf der Bahn mit Kurven und so weiter, das ist nicht so ganz seins. Auf jeden Fall noch nicht. Okay, also das war jetzt so mir Frau Frohn aus Dänemark. Okay.